Eine ist schöner als die andere, wie soll man da noch mithalten, wie sie sich mit Photoshop und Defekten makellot gestalten. Nur um irgendeinen Mann zu gefallen, der sie nur ganz oberflächlich sieht, zwingen sie sich in hautenge Sachen, die ungequem sind und sie krank machen. Ich will mich nicht sexy präsentieren, nur um dir zu imponieren, wie frei wird in dein Auge zu fallen. Denn wenn ich die Richtige bin, ist es völlig egal, ob meine Haare vom Wind zerzaust sind und ich in Jogginghosen vor dir stehe. Weil ich so wie ich bin mit meiner Persönlichkeit in deinen Augen schöner als das schönste Modell aussieht.